ich mach mal noch was noch ein haus dekorieren so noch eine hütte shop eis floh wo juli purple rain wallpaper rainbow jetzt wissen wir mal hier mal was verpassen Äh, na, doch. Lassen wir mal. Vielleicht können wir diesen Sparkle Store noch eine andere Farbe verpassen. Das wäre vielleicht mal eine Maßnahme. So, hier noch einen hin. So, weiße Farbe nehme ich mal nicht. Nehmen wir den mal grüne Farbe. Und einen Shop. Jetzt haben wir Green, Teal, Zyran. Obwohl. Zyran. Die Hauptsache mal die grüne Farbe. Das ist der Paint Roller. Den können wir da hinbauen. Hm. Müsste eigentlich ein helleres Grün sein, oder? Ja, ein bisschen helleres Grün sein. Aber, ich könnte diese Pseudo-Bordüre, sag ich schon. Hm. Ja, sieht doch schon ein bisschen besser aus, von der Farbe her. Gut. Dann mache ich mal so ein helleres Grün. Oder eine ganz, 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 ganz andere Farbe. Ganz andere Farbe. Shop. Ähm. Green. Lime. Nein, was ist so ein helles Grün? Äh, Yellow, Orange, Red, Pink, Violet, Brown. Ne, Braun sieht kacke aus, glaube ich. Purple, Blue, Sky Blue. Probieren wir es mal mit Himmelblau. Dann brauchen wir echt hier für... Malzeugs noch mal bald eine extra... Äh, pfff. Eine extra... Dingsbums. Hm. Muss vielleicht auch mal ein anderes Material nehmen für den Hintergrund hier. Wups. Egal, das kann man leicht korrigieren. Die erzählt irgendwas von den Leuten. Ah, ja. Schmi, schna, schna ich. Das gefällt mir noch nicht so. Aber vielleicht muss ich auch mal so eine Stuckwand bauen. Äh, es ist zwar eine Modifikation, aber gefällt mir noch nicht so. Das mit dem Übergang... ...kriegt man nicht so pralle hin, sag ich mal. Aber vielleicht mache ich das auch etagenweise. Hm. Hm. So, wie auch immer. Ich sortiere es jetzt mal ein, alles. Monster-Zeugs. Äh, Blöcke. Blöcke und Co. Holz muss ich noch mal ein bisschen abbauen, glaube ich. So. Also Farben. Hm. Banner. Bannern kann ich auch noch ein bisschen dekorieren. Aber da brauche ich mir mehr. Da brauchen wir eindeutig mehr Banner. Ähm. Wieso habe ich den... Achso, äh, weil ich so einen Überschuss habe an Pfeilen. Komm, ab in den Müll damit. So. Was kommt denn die Farbkiste? Machen wir einfach eine Kiste, wie die Malen heißt. Und Malen macht. Nehm. Malen. Äh, ja. So. Malen. Das da rein, das da rein, das da rein, das da rein, das da rein. Und so weiter. Erstmal unsortiert. Sagt er und sortiert es trotzdem. So, das müsste eigentlich nachher wieder sich korrigieren. Hoffe ich doch mal. So. So. Äh, ach so. Davon haben wir glaube ich auch ziemlich viele. Aber, na, erstmal gucken. So. Seeds haben wir auch genug. Äh. da oben hier gelandet. Gut. Das sieht doch schon mal ein bisschen besser aus, finde ich. Finde ich, doch. Ja, ja, kann man so machen. Vielleicht auch mal später andere Möbel rein. Die Häuser, die lasse ich gleich, äh, die Häuser, sage ich schon. Die Fenster lasse ich gleich, weil das ist immer noch ein Hochhaus. Und ja, genau das. Flup. So, jetzt will ich mal da was rein tun wieder. Erst noch mal ein bisschen Holz abbauen. Äh, ja, der Spielstrung hätte ich mir sparen können. So. Da mache ich den hin. So. Den muss ich mal wegmachen. Mmh. 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 So, Goldfisch mitnehmen. Das ist eine Stofflupe, ich sehe kaum was, aber was solltet. So, jetzt kommen die Nerven auch wieder. Und wie viel haben wir an Holz? Na gut, reicht es erstmal. Die drei will ich noch abbauen und nachpflanzen. Das war prima auch Elkhorn irgendwo. Geh weg man, laufe ich 10.000 mal durch mich durch. So, jetzt reicht es aber. So, was haben wir an Tränken? Erstmal hier die Quickstack Geschichte. So, was lassen wir noch da? Haben wir noch eine schicke Farbe bekommen? Neu? Wahrscheinlich nicht. Also bekommen wir jetzt noch eine schicke Farbe? Neu war er nicht. Äh, Blue Acid Dye? Ich glaub das hatten wir ja schon. Sehen wir ja gleich. Haben wir noch nicht. Hm. Hat natürlich einen interessanten Effekt, aber nö. Färbemittel. Ne, hatten wir wirklich noch nicht. Gut. So, Blöcke und Co. Moment. Wo habe ich jetzt die Fackeln hingetan? Wahrscheinlich mit einsortiert. Das müsste dann unter Deko? Ja. Machen wir jetzt so. Gut. Ich meine praktisch ist natürlich auch, dass wir die Uhr nicht immer anlegen müssen, um die Zeit zu sehen. Das ist mal eine nette Änderung. So. Wie auch immer. Ähm. Was kostet denn das Schwert? Ja. Wollen wir erstmal einfach da. So. Flop. Dann haben wir bald alles. Wups. Wollen wir bald die zweite Waffenkiste. ähm, ja, gut jetzt wollte ich noch mal ein bisschen Tränke brauen und es ist achso, noch nicht Tag geworden aber der Regen hat aufgehört ähm muss ich mal da die Uhr nachschauen ach, das kann man einzeln ausblenden auch nicht schlecht Tally-Count habe ich wie einsortiert ja, macht ja nichts ja, den lasse ich mal drin damit ich beim nächsten Mal zumindest dran denke wie man den benutzt äh oh, hatte jetzt die Idee zwar anders aber gar nicht mal so schlecht finde ich zumindest, glaube ich egal, äh, ich wollte Kräuter Tränke brauen oh, Pilze sammeln muss ich auch wieder Platinerz Moment Archemie und Kräuter soo soo machen wir mal die 70 voll, also die 54 voll, meine ich und dann muss ich hier mal gucken, ob wir das nicht ausschluckt bauen können weil das dann vielleicht ein bisschen besser aussieht und nach und nach werde ich was ist denn jetzt da was greift mich denn jetzt an ach, egal irgendwie so ein Auge wahrscheinlich ähm, was wollte ich immer noch Tränke herstellen das ist man dann keine Regeneration Potion achso mh wie viel haben wir überhaupt wie wir es denn mal das mal klären vorher ist mehr als genug hm gut, hat sich die Frage auch mal geklärt ja, und mit dem könnten wir sie vielleicht auch soo soo jetzt muss ich nochmal den Guide was fragen ob man da gerade so schön sitzt auf seinem Stuhl Crafting ja so äh, das haben wir alles das haben wir, das haben wir da fehlt noch das auch zwölf aufstocken alles klar dann würde ich sagen erstmal in den Dschungel dann stocken wir den Crafting auf zwölf auf und dann könnten wir uns vielleicht mal ans Wolkenbomben heransetzen weil eine Wolkenstadt soll das ja auch wieder kriegen aber auch hier werde ich modifizieren und ja, dann muss ich mal gucken was wir so machen dann die nächsten Folgen ein bisschen Wolkenstadt bauen ein bisschen das Standardhaus dekorieren vielleicht ein bisschen Materialien farmen Keller erweitern Keller muss ich auch nochmal vielleicht ein nettes Design geben mal gucken äh, ja den hätte ich fangen können eigentlich könnte ich auch mal dieses Käferhaus das sag ich schon in diesem Ameisenlöwenbau genau erforschen mal gucken das war nicht unser Pad aber das sind wir ja gleich glaub ich baue auch noch mal ein paar Bäume ab Urwaldbäume wohl eigentlich hätte ich hm Ich lasse es aber mal dran, ich gehe mal davon aus, sie wachsen nach. Ansonsten müssen wir sie manuell pflanzen, ich gehe mal davon aus, dass sie von selbst nachwachsen. Hier drinnen vielleicht nicht, aber egal. Aua. Arschloch, Fehlermaus. Es droppt ja nicht ein einziges hier. Na gut. Es ist eine Menge, die noch zu farben gilt. Deswegen belasse ich es auch erstmal dabei. Wir brauchen irgendwann mal eine schnellere Axt. Gut, also nochmal ab in den Dschungel. So, jetzt sind wir underground. Ja egal. Wohl. Ne. Na ja. Weil es auch scheißegal ist eigentlich, aber egal. Weil es auch scheißegal ist, aber egal. Ja, ist egal, dass es egal ist. Was für eine Logik. Gut. Gut. Ups. So. Aua. 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 Flachblume oder Pflanze, whatever. Super, es hat uns jetzt echt gar nichts gebracht. Na, was sollt. Geh weg. Da unten sollst du abbauen. Dann bin ich hier am Aufstoßen. Hm. Da geht's weiter. Dann gehen wir doch mal da weiter. Hab ich Bomben noch mit? Nee. Okay. Wieder auf, wenn keine getroppt sind. Oder wenn wir keine Kiste aufgemacht haben. Oder droppen die auch ein... Ups. Ja, egal. Komm, nimm mir mit. Platin. Ja, Kiste sag mal noch dabei. Äh, sag ich schon. Ja doch, den Tresor halt. Oh, hier ist was. Ja, super. Und da waren wir schon. Klasse. Reol. Waren wir hier schon? Weiß ich nicht. Da oben waren wir glaube ich noch nicht. Das war auch nichts besonderes. So. Mh, so. Da ist was. Aber erstmal den... Ollen Fisch da weg machen. Sag mal. Ach, schießt der da wie blöd auf dich. Ach so, dieser Scheiß... Stacheldingsbums. Äh, ja genau. So, Dschungelsporen. Da waren wir schon. Aber da sind neue Dschungelsporen bespawnt. Ich weiß nur, wie ich den Slitblock da hier weg machen. Das Geroll oder whatever. Whatever. So. Ja. Wie auch immer. Blabla. Beleuchtung. Schauen wir mal hier runter. Ähm. So. Zwölf brauchen wir, ne? Nehmen wir die. Das hört es nämlich nochmal mit. So, das will ich nochmal abklappern. Oh, das geht schon recht weit. Nice, nice. Äh. So. Da kann ich noch nichts spezielles machen. Hm. Wollte auch mal nachschauen, was der Hotkey dafür ist. So, das Herz habe ich jetzt. Lass ich jetzt da. So. Wie ganz schön weit. Da ist jetzt ein Herz. Äh. So. R. Äh. Wasser. Ha. Ausgetrickst. So. Vehicular manslaughter. Ah ja. Nice, nice. Da sind sie natürlich weg. Na egal. Irgendwann hatte ich doch so ein Herz gesehen. Ja. Egal. Vom Club. Ab nach Hause. Das ist das. Ja. Da ist das.